So, dann versuchen wir hier mal wieder rauszukommen. Das haben wir jetzt hier... Das ist doch ein... Toll, Munitionsauflader. Genau das, was ich brauche. Munitionsauflader. Hm? Nö, keine Leben oder sowas. Gut, klar, man hat natürlich ein bisschen Leben bekommen von dem Boss. Aber... Okay. Hat das was mit den Powerbomben zu tun? Die sind jetzt heiß, oder? Achso, nee, ich habe bloß meine... Ja. Ich habe bloß das währenddessen aktiviert. Daran lag's. Ich dachte, es ist kurzzeitig, dass die heiß gewesen wären. Man hätte ja noch träumen dürfen. Also irgendwas hat es mit denen auf sich. Und auch jetzt so vertikal. Nee, Grapplebeam. Icebeam. Wenn ich hier die Zeit dann halte... Meine Schlüsse fliegen immer noch genauso schnell. Was hat es damit auf sich? Ich... Ich kann hier... Hier kann ich jetzt aber nicht mal mehr... Äh... Dran... Mich drangreifen oder sowas. Aber ich könnte... Weil davor könnte ich ja theoretisch Missile schießen. In die Richtung. Jetzt hier aber nicht mehr. Ich weiß echt nicht, wie das funktionieren soll. Powerbombe ist es definitiv auch nicht. Huch. Das war ja merkwürdig. Aber das war leider nicht das Rätsellösung. Glaub ich zumindest. Hätte ich da irgendwas machen können. Nee, aber das geht ja wahrscheinlich trotzdem einfach auch so. Da war ich jetzt nicht... Es sah halt so aus, als wäre ich schon mittel in den Stacheln drin. Ja, das kann ich hier ja genauso machen. Genau. Also der Rand der Stacheln ist theoretisch noch betretbar. Und was ich damit tun kann, weiß ich jetzt nicht. Hm. Toll. Wenn ich von der Seite versuche reinzugehen mit dem Schild... Macht ja aber auch keinen Sinn. Nee. Oh, und hat meine ganze Ein-Energie voll verbraten. Na, großartig. Okay. Bevor ich jetzt noch draufgehe, sollte ich vielleicht erst mal... ...mich hier zurückziehen. Mich mal wieder ein bisschen aufladen. Ah, Fliegenschwarm. Und ja, das ist Powerbombe. Okay, damit haben wir auch das. Das ist nur ein sehr komisches Zeichen für eine Powerbombe gewesen. Na gut. Damit haben wir das gefunden. Können wir die Gräse damit zerstören? Nö, leider nicht. Ich habe mir jetzt bloß gefragt, weil die halt so da sind. Aber leider haben die damit gar nichts zu tun. Okay. Gott sei Dank haben wir endlich dieses Ding besiegt. Das war halt schon echt heftig. Und so kommen wir da jetzt nach hinten. Hm. Die Sache ist halt bloß... Ja gut, da kommen wir jetzt auch entlang. Bei dem anderen... Wir müssen auf jeden Fall durch diese... Ah, ich hätte mal einen Scan legen können, was dort hinten noch so alles ist. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie durch diese Blöcke durchkommen. Es sieht ja... Es sieht eigentlich alles immer nach Speedbooster aus. Muss ich ja wirklich sagen. Aber ich weiß nicht genau... Ich meine, da könnte ich einen Infinite Bomb Jump durchmachen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Aber ansonsten... Zeug den... Oh, hi. Ihr kommt gerade recht. Mich definitiv mal ein bisschen aufzufüllen. Ihr werdet vor dem Kampf gar nicht schlecht gewesen. So. Halt mich da mal kurz voll. Ich will mir das nochmal kurz angucken. Wir gehen ja gleich zum Omega Lair. Ich würde sagen, wir machen die Omegas noch. Und dann gehen wir auf die große Item Tour. Dann haben wir soweit alles durch, bis auf den Boss. Das passt dann eigentlich. Was können wir hier tun? Ja, da oben ist es. Ein E-Tank. Ne, Powerbomben. Was können wir hier tun? Ich kann ja nicht. Und da geht es, dass ich theoretisch... An der Wand kann ich es halt machen. Ansonsten habe ich ja immer Bewegung. Sobald ich da irgendwie getroffen werde... Und es ist halt nicht möglich, einen einen Block breiten Space Jump zu machen. Also was muss ich... Ich verstehe es halt wirklich nicht. Nee, bringt genauso wenig was. Die Zeitverlangsamung bringt halt überhaupt nichts dabei. Vielleicht bringt es irgendwas, aber... Ich wüsste nicht genau was. Jetzt haben wir halt schon wieder keinen AIN. Dass es irgendwas mit dem Eisbeam zu tun hat, hätte ich halt vielleicht gedacht. Könnte ich hier die Fledermäuse nach oben holen? Sind die nicht da? Hä? Das spawnt doch normalerweise alles immer ein Raum weiter. Wieso das jetzt nicht? So, machen wir euch nochmal platt. Kommt her. Ich schätze mal, dass jetzt die Fledermäuse wieder da sein sollten. Ich hoffe es. Nö. Davor waren sie aber doch da, oder? Das war ein komischer Lack. Okay. Wie geht das? Ich muss die Stacheln ja irgendwie ausschalten. Hm. Ich muss die Stacheln irgendwie ausschalten. Ist das hier vielleicht wirklich das Rätsel Lösung, dass ich das so machen kann? Ja, dann werde ich halt sofort getroffen. Also an sich ja nein. Ach, Mann. Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht, muss ich sagen. Nee. Das ist mir irgendeinen stehbaren Untergrund zu schaffen. Ja, aber ich wüsste auch nicht, ich wüsste echt nicht wie. Da muss ich nochmal reinschauen oder halt nochmal genau überlegen. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich kann auch Fähigkeiten nicht an- und ausschalten, nicht wahr? Nö. Das ist so, wie es ist. So, und nicht weiter. Vergesse ich irgendwas? Den Spring Ball? Nee. Morph Ball, Spider Ball. Gravity, Variant. Nee. Ich denke nicht, dass ich irgendwas vergesse hier gerade eben. Ich verstehe es einfach nur nicht. Aber scheinbar ist es auch ein komisches Rätsel, also ein bisschen kniffligeres Rätsel. Wo man nicht sofort draufkommt. Das ist halt in mehreren Bereichen hier schon so der Fall. Ich weiß es gerade eben echt nicht. Es macht halt auch irgendwie keinen, keinen, keinen großen Sinn gerade eben. Was soll ich denn tun? Um mich schmäler zu machen? Um die Dinger theoretisch vor Schaden zu hindern? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ach, sind es solche Dinge? Ich dachte aber, die anderen könnte ich... Die anderen waren auch anders farbig. Wie gesagt, mir fällt echt nichts ein. Gut. Gehen wir nach oben in die nächste Zone. Weil hier in Zone 6 haben wir auf jeden Fall alles abgeschlossen. Und damit kommen wir in eine sehr, sehr ungemütliche Zone. Na, schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie... Vielleicht verrät das Spiel ja nochmal so eine Kleinigkeit, was wir da vielleicht tun können. Okay, Zone 7. Wie gesagt, hier eine sehr ungemütliche Zone. Na, nein, nein, nein. Oh Gott. Ja. Ja, komm. Wir sehen mich halt immer noch an. So. Jetzt hast du keine Chance mehr. Du kannst bitte auch mal drauf gehen. Das ist halt nicht mal die schwere Variante von denen gewesen. Okay. War ja irgendwie klar, dass wir jetzt immer mehr mit Powerbomb konfrontiert werden. Aber muss ja auch so. Das Super Missile. Aha. Und was haben wir hier? Jetzt haben wir uns hier irgendwie einfach so... Ja, einfach so freigesprengt dadurch. Ohne irgendwie wirklich was zu erreichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gewollt war. Oder ob das jetzt so toll ist. Was auch immer das hier allgemein ist. Das sieht wieder irgendwie ein bisschen mehr mechanisch aus. Okay, das Ding können wir wieder erledigen. Das auch, bevor es uns treffen kann. Und das können wir schon mal schönerweise auch erledigen. So, wir können natürlich auch nochmal hier entlang gehen. Damit haben wir uns irgendwie bloß ges... Oh, da oben gab es auch ein Item. Aha. Hier oben. Okay, das ist eine Tür, die wir so nicht erreichen können. Interessant. Nee, ist da drüben. Ah ja, dort. Dann müsste es ja eigentlich hier so sein. Ja. Ah, da sollen wir wahrscheinlich den deswegen da ein AIN Charge. Weil wir wahrscheinlich das Timing da aktivieren sollen. Aber es geht doch genauso so. Also vielleicht doch nicht mit dem AIN Charge. Oder halt mit dem Face Drift. Das wäre nämlich gerade ein bisschen unnötig gewesen. So, wir müssen ja aber irgendwie... ...zu der Super Missile ran. Weil da sind wir doch überhaupt nicht hingekommen, oder? Nein, lass mich doch in Ruhe, du blöder Ball. Aber jetzt hat mich das Ding halt auch wieder gesehen. Lass mich doch einfach in alle in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Ich will hier nur mein Item haben. Ja, das ist nur Crumble. Äh, ah, da. Okay. Das heißt, da Powerbombenblöcke... Ja, Quatsch. Da Super Missile Blöcke ja bleiben. Also zerstört bleiben. Können wir das einfach so machen. Und dann so ran. Wunderbar. Sehr schön. Nächster Super Missile Container. Kann uns bei der Queen bestimmt helfen. Bei Omegas hört es nicht so sehr. Omegas haben wir das letzte Mal ja auch gut platt bekommen mit Missiles. Aber ich denke, bei der Queen werden wir sie einsetzen müssen. Vor allem, da wir gesehen haben, dass das Spiel nicht unbedingt zum Scherzen aufgelegt ist. Nachdem wir so einen Boss hatten. Gehe ich mal davon aus, dass die Queen auch heftig wird. Du bist weg. Du bist weg. Da haben wir wieder Kristalle. So, jetzt ultimativer Versuch. Nö. Den Kristallen ist das einfach scheißegal. Hatten wir beides noch nicht versucht. Dann kann es nur noch das Baby Metroid sein. Was anderes. Oder halt, dass es hier wieder... Oh Gott. Dass hier wieder ein Fake-theoretisches ist. Wie hier irgendwie durch können. Was jetzt so wie die Kamera da sich so verhält, vielleicht gar nicht so falsch ist. Es gibt hier halt echt noch so ein paar Sachen, wo man nicht wirklich draufkommt, ne? Was willst du denn da oben wieder? Aber dieses Mal sehe ich wirklich keinen Punkt. Ah, irgendwo höre ich was. Wo? Warum? Er ist dann wahrscheinlich weiter unten. Wo ist dieser Punkt? Ja, jetzt ist er weg. Vielleicht war es da unten gewesen. Okay. Wie gesagt, ich weiß echt nicht... Es muss das Baby Metroid sein. Weil ansonsten... Was soll es sonst sein? Oder irgendwas, was wir noch bekommen. Jetzt irgendwas hilft uns vielleicht auch bei den roten Stacheln. Keine Ahnung. Aber da scheint es nicht bloß zu einem Item zu gehen dort unten. Da geht es irgendwie noch sehr viel weiter. Also wäre komisch, wenn das einfach bloß dann der Weg zu dem Item wäre. Hm. Vielleicht gibt es da ja wirklich noch was zu tun. Wir werden sehen. Wir sind jetzt auch noch nicht ganz im Omega leer. Okay. Die letzten drei. Die letzten drei regulären Metroids. Wobei von regulär kann man da halt echt nicht mehr reden. Bei diesen Killermaschinen. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Oh, wow. Huch. Ah Gott. Das ist jetzt richtig cool. Hier voll der... Oh Gott. Voll der technologische Bereich hier. Dass sich hier die Omegas eingenistet haben. Na gut, die Chozo haben das wohl absichtlich so gemacht. Die Chozo hier reinzupacken. Toll. Sag mir nicht, dass es hier für gar nichts ist. Was? Soll ich hier trainieren oder was? Wie man da durchkommt. Ja, springen kann ich durch. Das ist ja nicht mein Problem. Das ist eigentlich eine Musik, die man kennt. Super. Funktioniert immer noch nicht. Ist auf jeden Fall richtig coole Musik. Und der Sack gerade ist nicht hundertprozentig, wo sie herkommen könnte. Ich glaube, das ist eine eigene Musik. Also das ist jetzt ein Bereich, mit dem ich echt nicht gerechnet hätte. Ich dachte jetzt halt so wie in den meisten Spielen, dass hier Omega-Lehr doch sehr näher verwüstet ist, sage ich jetzt mal. Da können wir drunter durch. Okay. Teleporter. Und da ist es wieder. Das alte Problem. Da ist es wieder. Wenn ich springen würde, dann wäre das... Wenn ich springen würde, habe ich gesagt. So ein perfekter Sprung rein. Hat ja aber irgendwie auch keinen Sinn. Was fallen... Wieso sind wir darüber jetzt reingekommen? Es sind so viele Punkte, die irgendwie keinen Sinn machen, was auch die roten Stacheln betreffen. Irgendwas stimmt hier nicht. Na toll. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay. Das war klar. Überall, wo wir so eine Ansaugstation sehen, können wir jetzt hier einfach eine Powerbomb besetzen. Dann hat sich das hier erledigt. Oh, da oben haben wir einen Energieauflader. Das ist natürlich sehr schön. Womit hat das zu tun? Alle bis auf den einen Punkt können wir immer ebenerdig reinschießen. Okay, hier wird es ein bisschen kühler. Aber wieso? Um die Metroids ruhig zu halten. Da ist doch Schnee bestimmt, oder? Da können wir durch. Aua. Das ist doch bestimmt Schnee hier überall. Wie gesagt, doch bestimmt, um die Metroids ruhig zu halten. Und ob das funktioniert hat, ist die nächste Frage. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was uns hier so erwarten wird. Ist ein cooler Bereich. Ah, und jetzt wird es hier höhlenmäßiger. Aber es geht doch schon mehr in Richtung Eishöhle. Beziehungsweise haben die Chozo hier einfach bloß wieder so teils, teils gemacht. Wie sie es ja so gerne mögen. Naja, ich muss da definitiv von der anderen Seite hin. Vielleicht ist das eine halt echt ein Bombjump. Das ist zwar ein bisschen komisch, aber... Ich wüsste gerade nicht arg viele andere Möglichkeiten. Hier nochmal ran. Irgendwo muss es da ja... Aber wobei, es kann da auch durch die andere... Ich glaube eher, dass es da von der anderen Seite geht. Das hatten wir ja schon oft gesehen. Dass es jetzt gar nicht so direkt ein Zugang ist. Aber auf der anderen Seite, da müssen wir doch... Ja, dann erreichen wir das auch durch eine andere Seite. Das hatten wir schon öfters, ja. Das, was wir es dann hier hinter finden. Was da des Rätsels Lösung ist. Nämlich gar nichts. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht wirklich... Gar nichts dahinter steckt. Weil ansonsten bin ich echt langsam traurig, dass wir gar keine Rätsel mehr lösen. Okay, Eiswasser tut uns zum Glück nichts. Du hast keine Chance. Komme ich hier irgendwo runter? Wie gesagt, irgendwie... Langsam wäre ein Erfolg mal wieder schön bei solchen Rätseln. Nicht einfach bloß ständiges Versagen. Das deprimiert dann eher. Aber hier geht es auf jeden Fall überall noch runter. Das zeigt mir auch schon die Karte an. Ah! Okay, na also. So viel zum ständigen Versagen. Da ist sogar ein Speicherpunkt. Oh nö. Warte mal. Wieso ist da jetzt... Hä? Wieso bin ich jetzt eingesperrt? Ist das ein Trollspeicherpunkt? Habe ich jetzt meinen Spielstand versaut? Ich hoffe mal nicht. Aber wahrscheinlich jetzt hier durch. Naja, Skurtex oder? Okay. Das heißt hier so ran. Und jetzt... Da geht es rein. Können wir aber mit dem Spiderball auch wieder ganz easy lösen. Aber was ist das Interessantes hier? Und damit haben wir es doch. Na also... Ja, okay. Dann holen wir uns hier nochmal die Powerbombe. Wobei... Oder aktivieren nochmal die Powerbombe. Wobei es nicht so wichtig gewesen wäre. Weil bis hierhin braucht man ja definitiv die Powerbombe. Aber hey. Ich will es mal nicht... Kritisieren. Ist ja schön, dass man die Items nochmal einsetzen muss. Gut. Damit haben wir das rausgefunden. Sehr schön. Ich frage mich ja immer noch, was das hier für ein Bereich ist oder war. Weil früher war es ja sehr... Ja, sehr höhlich. Also naturbelassen. Früher waren die einzigen Tempel... Achso, ja. Ich lasse mir mal in Ruhe. Früher waren die einzigen Tempel ja wirklich die vier. Ja, es ist jetzt... Vor allem ist es sehr viel technischer als die anderen Tempel. Was auch immer sie hier getrieben haben. Die Frage ist es natürlich... Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Wir sind da irgendwie so entlang gegangen. Aber da oben gibt es doch auch noch Wege. Achso, ja klar. An sich ja... Drei Stück wahrscheinlich, nicht wahr? Wir sind ja schon in dem Bereich, wo wir... Den Omegas begegnen. Du bist platt, bevor du irgendwas tun kannst. Jetzt haben wir hier Schönes. Können wir eh noch nicht lösen. Wobei ich eh nicht genau weiß, was man da lösen sollte. Hier durch. Hier durch. Das funktioniert. Macht auch nicht so viel Schaden. Die... Die Büsche machen zwar sehr viel Schaden an unserem Leben direkt. Achso, warte mal. Na toll. Aber da sind wir doch jetzt genau wieder... Wo wir gerade eben rausgekommen sind. Wieso verbinden das so? Dann gehen wir hier mal zuerst komplett nach unten. Okay, Plasma Beam. Und dann Munitionsauflader. Das heißt nichts Gutes. Wobei unser Metroid Alarm schlägt noch gar nicht aus. Ja, die Musik ändert sich. Ja, die Musik ändert sich.